Ich bin Juliane, ich mache aktuell einen Bundesfreiwilligendienst beim Deutschen Roten Kreuz in Dresden und ich gehe wählen. Ich gehe wählen, weil ich es sehr wichtig finde, dass man eine Meinung hat zu Themen, die in der Gesellschaft relevant sind und somit auch in der Politik bestimmt werden. Und deswegen sollte man seine Stimme nutzen, die bringt immer was am Ende. Ich persönlich informiere mich fortlaufend in den Medien, ganz normal, schaue die Nachrichten, lese immer mal was nach, wenn mich ein Thema besonders interessiert. Und dann mache ich natürlich auch den Valumat. Das schaue ich mir sehr gerne an, wie dort die Parteien im Vergleich dargestellt werden. Und das Ergebnis, was am Ende beim Valumat auch rauskommt, das ist natürlich auch ein eindeutiges Ergebnis. Und man sollte sich noch einmal trotzdem weiter informieren und ein bisschen nach rechts und links schauen.